Niederbayern 100.de. Die 100 Sekunden Videonachrichten mit allem Wichtigen aus Niederbayern und der Region. Täglich aktuell ab 12 Uhr mittags. Immer wissen, was los ist. Präsentiert von Sanitätshaus Göltner in Eggenfelden, Pfarrkirchen, Simbach am Inn und Arnsdorf. Wir tun was für Ihre Gesundheit. Grüß Gott und herzlich willkommen bei Radio Trausnitz Niederbayern in 100 Sekunden. Ein kleiner Bub aus Niederbayern ist von seinem Vater offenbar schwer sexuell missbraucht worden. Der Mann wurde in Oberösterreich festgenommen. Er soll Pornofotos des siebenjährigen Buben im Internet verbreitet haben. Bei der Suche nach dem Kinderschänder hatte das Bundeskriminalamt in ganz Deutschland Lehrer um Hilfe gebeten. Ihnen wurden Porträtfotos des Buben gezeigt. Mit Erfolg. Eine Schulleitin aus Niederbayern erkannte den Siebenjährigen. Noch am gleichen Tag wurde der Vater festgenommen. Eine Lkw-Zugmaschine ist heute früh von der A92 in die Böschung gerauscht. Passiert war der Unfall zwischen Moosburg und Landshut. Die Zugmaschine hat mehrere Bäume umgefahren. Die Dieselleitung wurde dabei aufgerissen. Etwa 130 Liter Diesel versickerten in der Erde. Der Rest wurde von der Feuerwehr abgepumpt. Zur Bergung der Zugmaschine musste extra ein Kran anrücken. In stockfinsterer Nacht in einem fremden Land einfach ausgesetzt. Das ist das Schicksal vieler Flüchtlinge. Auch heute Nacht hat die Bundespolizei wieder eine Gruppe Flüchtlinge auf der 3 in Niederbayern aufgelesen. Die Flüchtlinge waren zu Fuß auf dem Standstreifen unterwegs. Wahrscheinlich wurden sie für viel Geld nach Deutschland gebracht und dann kurz nach der Grenze ausgesetzt. Wer kauft ein und wer putzt das Bad? Mit solchen Fragen muss sich der wohl bald prominenteste WG-Bewohner von Niederbayern bestimmt nicht beschäftigen. Aber, dass der Passauer Bischof Stefan Oster in einer Wohngemeinschaft leben will, hat er ja schon angekündigt. Nun ist auch klar mit wem. Mit zwei Bekannten und einer Ordensschwester, sagte der Bischof. In der renovierten Bischofswohnung hat aber jeder sein eigenes Bad und einen abgetrennten Wohnbereich. Weitere Nachrichten unter radio-draussennetz.de